Führer Franziskun, SRS, Toi Toi Toi, Glück ist bereit, er wird 11. Leider ungültig. Trotzdem Applaus für dich, Franziskun, herzlichen Dank, du meldst dein Nächste Bedeutung in Uni. Wir machen bereit, nehmen 100 Kilo Sturz. Nächster Kandidat, nächster Athlete, der Florian Bülmer. Gut, das Licht ist bereit, aber jetzt 11 Minuten. Schätzer-Richter Achtung. Und dieser Versuch ist Luthi. Super! Wir gratulieren zu Herrn Schard, Florian. Wir erhöhen auf 115. Paratmacher Daniel Mangeholtz. Beide Ecke und Beide Ecke und Beide Ecke und alles. Wую! Was streischt? 115 Kilo bereit machen. Schidensrichter angedummen. Gewicht war bereit. Aber jetzt eine Minute. Toi, toi, toi! Drucker! Bravo! Bravo! 3 Kilo, selbstverständlich. Bravo! 1. Nr. 15 Kilo. Okay. Wir erhöhen auf 120 Kilo. Und bereit machen wird sich Alexander Kutsch. Gewicht. Barat. Ab der Situation. Immer noch 1 Minute Zeit. 2 zu 1 Wir bleiben bei 120 Kilo für den nächsten Athleten auf der Bühne durch Christian Neff. Schiedsrichter Achtung! Wicht parat! Das wird eine weisse Lampe geben. Genau so ist es. Der war absolut gut. Applaus für Christian. 120 Kilo halten wir auch für den nächsten Athleten von Christoph Schweizer. Schiedsrichter Achtung! Wicht parat! Wicht parat! Wicht parat! Gratulation! Und auch einen vollbreichen Stoss von Christoph. Zur Begründung, wir verbieten uns bei der Viewkammer. Das ist jetzt nicht zum ersten Mal ein Start hier an der offenen Schweizer Meisterschaft. Und, wir sind schon fertig, wir erhöhen um 30 Kilo und gehen um 150 Kilo. 150 Kilo werden jetzt bereit gemacht für Marlowe und Bücher. Werte! Mama, wir wünschen viele Zoll. Wir sind bereit, aber jetzt und Kilo, eine Minute! Rundfelsen. So, das sind alle in den Hohen, die 150 Kilo an Ihres Uhrzeichen. Wir bleiben bei 150 Kilo. Für den nächsten Athleten, das ist der Daniel Kisli. Schiedsrichter Achtung. Fisch bereit! Fisch bereit! Jawohl, Applaus! Daniel, 150 Kilo ist es dein. Vergesst, Ihre Athleten in Ihrem Gewicht zu melden für den zweiten Versuch. Wir haben 10 Kilo für eine letzte Athlete in Ihrer Runde. Die Kategorien Newcomer gehören auf 160 Kilo. Für den Ferraro-Reihebrief. Schiedsrichter Achtung. Es geht so. Fernando, Toi, Toi, Toi. Ab jetzt eine Minute. Und dann eine Minute. Die Kategorien Newcomer in seiner Runde. Und die Runde. Schiedsrichter Achtung. Die Kunden haben 160 kg, die sind erfüllt. Wir machen uns bereit für den zweiten Durchgang und starten mit dem Francisco Estabes. Mit 100 kg. 100 kg. 100 kg. An denen habe ich selbstverständlich ein paar Fräule in Ungarn. Man sollte eine Woche mit feinen Leckereien etwas trinken. Gut. Schutze, ist er bereit? Gewicht, bereit! Warte, 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 warte! Definitiv erfüllt. Gratulation, Applaus Francisco. 110 Kilo. Der zweite Durchgang für Florian Grünberg. 10 Kilo. 10 Kilo. Bei Berger heute Mittag hat Florian 106,3 kg auf den Ort gedrückt. Somit ist er der schwerste Athlete in der Newcomer-Kategorie. Schiedsrichter, Achtung! Gewicht, bereit! Das Ami zu Florian vergibt 1 Minute. Und jetzt ein Kilo. 3 bis 8 kg. Super, Florian! Wir erhöhen um 10 Kilo auf 120. Auf 120 Kilo machen wir alle für Daniel Matos. Und zwar, er war im Wege 69,1 Kilo. Und somit der leichte Atlantiker-Kategorie. Wir hoffen, um 20 Kilo auf zu drehen. 120 Kilo. 120 Kilo. Und jetzt heisst er, Achtung! Gewicht, bereit! Schuss! Tuff, 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 tuff! Hallo! Das Richter kommt noch Sie. Ich bin Alexander Kutsch. 120 Kilo bereit machen für Alexander Kutsch. Er ist unser nächster Anleger nie am Start. Er muss bestätigen, ausmachen. So, er muss seine Meldung über 120 Kilo. Genau. Oft sich die Chatzeig. So, er muss einfach sein, das sagt, ein Zeug. So. 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 Das ist gut. Danke. Gut. 25 Kilo. Hoch 20 Kilo. Das ist bereit für Alexander Kutsch. Das mit dem Rechnen. Jetzt geht's die Brille. Und gut. Correct. Das sind 20 Kilo. Gut. Alexander, er hat es geschafft. Das Grille ist bereit. Warte auf ihn. Toi, Toi, Toi. Die zweite Durchgang. Geht bereit. Geht bereit. Leider ungültiger Besuch. Alexander. Trotzdem. 125 Kilo. 25 Kilo. 25 Kilo. Machen wir jetzt bereit. Für Christian. Nein. 25 Kilo. ив Sindsang. 25 Kilo. Daher. 100 Kilo. 21 Kilo. 25 Kilo. 25 Kilo. 25 Kilo. 25 Kilo. 25 Kilo. 25 Kilo. Und 25 Kilo sind bereit, jetzt ein Aufbau von Toretoi, Christian Lärf, Schiedsrichter, Achtung, Skateloss. Komm, 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 komm! Jawohl! Zwei weisse Lampen. Aber das ist auf jeden Fall gut. Sie wollen auch, dass die dritte eigentlich leuchten sollte. Das war sauber. 140 Kilo. Natürlich ein bisschen E-Proof. 140 Kilo. Das sind 20 Kilo mehr. Zum ersten Durchgang, jetzt für den Achtung, für den Christoph Schweizer. 140 Kilo. 14 Kilo. 14 Kilo. 15 Kilo. 15 Kilo. Das krieg ich nicht mehr da. Milchstoff. Bis kurz. 15 Kilo. Von der Schweizer Türöffnungsruf, plus 20 Kilo, auf 160 Kilo, der zweite Urgang für Manuel Bühle. Das sind plus 10 Kilo für Manuel, er hat im ersten Urgang 50 Kilo bestätigt. Jetzt wird es wissen, plus 10 Kilo, nicht nur auf unter 60 Kilo. An den Schiedsrichter, Richter zu praten. Ich habe jetzt eine Minute für Manuel. Auf Fernseh und Publikum sind natürlich immer einbarmen, seine Athleten oder überhaupt alle hier anzuführen. Ich muss ein Bestätigung für den Schiedsrichter noch mit der Köln, grüte oder nicht grüte, rot oder weisse Köln. Mit weiss oder rot. Die Köln kannst du mit Köln bestätigen, ob rot oder weiss. Zweimal weiss, ein Schuss, der ist super gestürzt. Super! 160 Kilo für Manuel Bühle. Jede Gedanke hat noch meine Luchtenmöglichkeiten. Wir wissen nicht genau, wer sie sind, aber wir müssen das durch Köln bestätigen, wenn es unklar ist. 160 Kilo Paltrömer. 160 Kilo Paltrömer. Für zweitletzte Kandidat. Für zweitletzte Athlete. Hier in der Newcomer, 160 Kilo Paltrömer. Garant macht sich der Daniel Kissli. 160 Kilo sind bereits, habe ich jetzt eine Minute. Hump, hump, hump! Wir schlagen den ersten Rappen, wir schlagen den ersten Rappen, wir schlagen den Rappen. Wir erhöhen um 10 kg und gehen auf 170 kg. Das Maximalbrichwort bisher, das wir in der Kategorie Jetzt kommt der Niko drauf. Bereit, macht sich der Nato. Gut, jetzt bist du bereit. Tschui, tschui, tschui. Ab jetzt 1 Minute. Gut. Händen! 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 Vielen Spass, würde ich sagen. Ich werde es ein bisschen stärker. Händen! Jetzt sollten die Athletinnen und Athleten ein bisschen Geduld, wenn wir hier alles bereit machen, bis zum dritten Durchgang. Wir sagen, sobald wir hier ready sind für einen dritten Versuch. Anh�! Wie geht es mitpassen? Okay. Du musst es … filled. Ich könnte es nicht sagen, ich könnte es nicht sagen. Komm her, lass mich ... Ich werde es nicht sagen, Ich würde sagen, ich werde es noch mal her, ich werde es noch mal umgehen. Ich werde es also zu Hause. Ich werde es mit einem vor benchmarken, ich werde es nicht noch mal. Ja, werde ich die Kirschung. Ich kann es nicht mehr. Untertitelung des ZDF, 2020 Unglaubliche Reise Für die Lange wird zur Information 110 kg 110 kg pro Rad sind jeweils Und zwar geht es um den letzten Furchtgang bei Kategorien Ucomer, den Francisco SNS. Wir machen alle 110 Kilo. Wir kommen wieder. 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 Gut. Wenn du bereit bist, sagst du jetzt Richtung Achtung. Athleten Achtung. Nächstes Besuch. Toi Toi, Francisco. 110 Kilo. Nächstes Besuch. Gnade. Gnade. Wole. 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 Sie ist richtig. Jawohl. Applaus an Frau Boll. Werden Sie nicht noch Bestätigung von Francisco? 110 Kilo bleiben lassen. 110 Kilo bleiben. Nein, Entschuldigung, sorry. 117 Kilo. 117 Kilo. Das ist meine. 117 Kilo. Jetzt können wir jetzt drauf, das sind 70 Kilo mehr. 117,5. Ich habe meinen 117 Kilo drauf. Also können wir noch etwas mehr drauf. 117,5 Kilo. Im dritten Durchgang. Das ist fast wie ein Metzger. Letzter Versuch. Wenn ihr euch vertäumt, dann wird es für die Frau. Für die Frau füllen. Heute 10.5 Kilo. Wichtig spannend. die Frau schickt, die Frau schickt. Wir haben jetzt mit dem Held. Hier sind die Frau. Da ist die Frau. Wichtig. Wichtig. Das war die Frau. Wichtig. Wichtig. Das ist ein Applaus wert von Kühlan bestätigt, bestätigt von Florian Supersack. Der nächste Athlet hat im Vordergrund 120 Kilo Böbel. Wir sind aber so der Auszügung. Wir hatten 125 Kilo Böbel, aber es war das Problem, dass wir die 125 Kilo Böbel bestärkt hatten. Jeter, wir sind in Vordergrund. Alexander Kutsch, sorry. Alexander Kutsch macht 120 Kilo. Sorry. 120 Kilo. Alexander Kutsch. 120 Kilo. Alexander Kutsch. 120 Kilo. Ah, das ist ein anderer. Aha. Der nächste hätte einen Tausch gegeben in der Mischung. Sorry. Na ja, das habe ich jetzt gesagt. So. So. Wir sind bereit und jetzt eine Minute für dich. ... und beweisend zu werden. Busch! Busch! Dieser Besuch ist leid und ich darf noch mal ganz kurz verstärken. Der Schiedsrichter mit 2. 3 Rollen. Gut, danke für den Moment. Alexander Leihung wird in den Versuch. So, jetzt sind wir wieder in der Linie und in der Reihenfolge. Wir machen bereits 1.30 Euro. 1.30 Euro. Daniel, das ist eben der, was wir vorhin hatten. 1.20 Euro, er hat 1.20 Euro gegeben. Jetzt wollte er auf 1.30 Euro. Und er ist bei uns sicher, dass es die 1.30 Euro waren. Vorher 2.30 Euro. Richtbarat. 1.30 Euro. Vorher 2.30 Euro. Torsteatten Leihung! Wir filmen hier. Er hat sich ein Rollstuhl ab und versch Neo. Sein Applaus. Klicken Sie hier. Der dritte Versuch für die Christiane. 122 Kilos überrascht. Wir drücken die Kuhn, du musst durch die Folge. Christiane. Die Liste ist bereit. So wird es eine Minute. Oh, 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 oh. Trotzdem, sauber Wettkampfziel. Das ist dein Platz. Christian. Für dich erhöhe 150 Kilo. Für Christoph Schweizer. Im letzten Durchgang hat für seine 140 bestätigt das Game noch ein bisschen mehr. Das ist seine Meinung. Wir sind oben dran. 150 Kilo. Im dritten und letzten Durchgang für den Christoph Schweizer. Christoph Freddy. Messi bereit. Schiedsrichter. Achtung. Zeitluft. Schiedsrichter. Die müssen wir mit den Fälle bestätigen. Ganz offiziell. Einige. 22 Euro. Und das braucht einen Applaus. Beschwertigt bei 155 Kilo. Christoph, super. Sieg. 165 Kilo. Mit der Auflegung 165 Kilo. Für. Neuksablächt. Für ein Mannen. Für ein Mannen. Für ein Mannen. Für ein Mannen. Einen Mannen. Vieh. 1. 2. 2. 2. 2. 2. Guck, guck, guck. Stets mehr. 3 Wienste ab. Ein Scherr, 6 Kilogramm. Applaus, super. Wir erhöhen für unsere unsere Nachteile hier in der Kategorie Newcomer. Das ist der Damienkissi. Und er zieht jetzt die Laufbahn an. Schiedsrichter Achtung. Toi, toi, toi. Lichtverlust. Schiedsrichter Achtung. Schiedsrichter Achtung. Schiedsrichter Achtung. Das Eintrachtieren. Daniel verdiene 20 Kilo. Noch 5 Kilo drauf. Noch 5 Kilo drauf für Fernando Raimondo. Und der Finale macht auch noch wieder Anschluss. In der ersten Runde. In der Katastrophe. Newcomer. Dritte und letzte Besuch. Mit Ritter. 73. Da wird er wieder 70. In der ersten Runde. In der ersten Runde. Schiedsrichter Achtung. Auch jetzt. 80 Minuten. Ola. 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 Das ist ein Applaus wert. Bestätigt. Ola. In der ersten Runde. In der Kategorie Newcomer. Berat zu machen. Als höchste Kategorie Newcomer. Junior. 스타 Bashir. WALWASS. Tak워. WALWASS.